Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abbekommen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Bekommt oder bekümmt ab, bekam ab, hat abbekommen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich bekomme ab. Du bekommst oder bekümmst ab. Er bekommt oder bekümmt ab. Wir bekommen ab. Ihr bekommt ab. Sie bekommen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bekam ab. Du bekamst ab. Er bekam ab. Wir bekamen ab. Ihr bekamt ab. Sie bekamen ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abbekommen. Du hast abbekommen. Er hat abbekommen. Wir haben abbekommen. Ihr habt abbekommen. Sie haben abbekommen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bekomme ab. Du bekommst ab. Er bekomme ab. Wir bekommen ab. Ihr bekommt ab. Sie bekommen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bekäme ab. Du bekämst ab. Du bekämst ab. Er bekäme ab. Wir bekämen ab. Ihr bekämet ab. Sie bekämen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Bekomme ab du. Bekommen ab wir. Bekommt ab ihr. Bekommen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abbekommen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zsepp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.